Was ist denn? Da muss ein Feuerzeug werden. Das ist ein Snupp, wenn man braucht. Das ist aber das Geilste. Gott, da darf ich es nicht mehr aufmachen. Simon! Ich hätte jetzt hierfür auch einen Öffner. Ey, nein! Ich kann das auch. Nein, nein! Es wird nicht so heftig, weil es funktioniert wurde. Nein, ich mach es. Ja, zuerst einmal in den Arm. Dann lass dir auch für die Skills. Danke. Das ist ja toller. Von dem Leben schon. Kleine Nächte. Sollen wir gleich noch die Zeug stellen, oder? Das ist das Interesse schon. Jetzt machen wir den einen in der Stimme. Ja. Aber die Nächste. Mit Chips. Ja, mit Chips. Dritte oben. Schauen Sie oben. Mit Chips. Ja. Mit Chips. Mit Chips. Mit Chips. Und das ist jetzt ein Stubmatch. Das ist jetzt ein Stubmatch. Ah, jetzt wird es schön. Naja, Stubmatch. Special Stubmatches, ne? Wofür bist du? Die Historie zu dem? Das ist das unter den Stubmatch. Und fix nochmal jetzt an unten. Guck mal. Guck mal, wo das war. Guck mal, wo das war. Wie man es heute sehen darf. Gell? Voll alle guckten Tag an Atten. Und der Heller hat ja gesessen. Der hat ja gesessen. Der hat ja gesessen. Der bei dir. Und der was. Guck mal, dass wir hier Warum hat der schon wieder nevronnen? Weil, Dillik, dich ja danach informieren, nie will die Äglo-Lösung nicht tun. Aber warum ich meine? Auch, ich hätte es noch nie meint. Ach, eigentlich sind Sie was. Du, selber einfach gestohlen. Es ist ja graftig. Ah, guck mal, das ist so schrecklich. Genau neben mir nur. Auch Schmerz. Superschönes. So. Ah, gell, hab ich ja mein Kugel gedacht. Wie Spawn-Ton, wie Spawn-Ton, wie Spawn-Ton. Ja, wär schon ein bissl gut. Eigentlich wollte ich ja auch... ...spacken oder was. Da kommt ja einer links, Teleport der Abzug. Ah! Da geht auch noch nicht. Da können wir nicht die sanzen. Nein. Los, das kommt's. Die fein sind ja alle. Los, den. Oh, weg ist er, aber das hat er. Aus Schmerz. Aus Schmerz. Hey, steh Leute an! Der hat schon sitzen! Deck! Ja, ich wollte mal von hinten erschlagen. Dann drehe ich mich nicht. Ja, mich nicht. Die Herren ist schwer. Ja. Da geht's ja. Da geht's ja. Da ist die Sonne hinter dir. Ja, nice. Du musst aber nicht hin. Jawohl. Das rockst. Ja, so machen wir's heute am liebsten. Wenn wir geschluckt sind, können wir zu einem Mitspieler hier reden. Ja, voll. Abwarten! Ja. Du bist wieder geschluckt, oder? Ja. 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 Ja, das hab ich auch gemacht. Ja. Ja. Ich mach's wieder so wahnsinnig viel, quasi. Ja. Wie kannst du denn mal stürzen? Meinst du mich? Nein, ich mein' mich selbst! Bin ich irgendwer der Erz-Fernte oder sowas? Was passt davor? Ja, so'n bisschen. Okay. Ah, das ist doch ziemlich. Na ja, warum? Na, halt jetzt echt mehr Herz! Was? Halt die Fresse! Ich hab'n Tod gemacht! Ah! Geh, da klingt mir sogar geschreckt bei dich! Also, ich zum Messerschmitt! Zum Messerschmitt! Zum Messerschmitt! Weiß ich noch nicht! Ich weiß noch nicht! Komplett zum Becker! Auf den Pistolen! Na, ich weiß noch nicht! Und das Kohl hat mich besser werfen gehört! Ah, ich hab' auch noch nicht nachgekehrt! Ach, dann muss man das von hinten kommen! Dann muss man das schwert, weiß ich! Ja! Wo ist er denn? Nein, 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 nein! Ja! 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 Abgespießt! Wie ein Schaschli! Ja! Schaschli gespießt! Schaschli! 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 Ich bin mir doch nicht direkt! Ich bin mir doch nicht direkt! Ich bin mir so zugesagt! In die Schneide! Ja! Gar nicht! Guck mir vor! Abfall! Ab dem Lacken! Schau nicht rein! Ja, ich schlag! Da ist ein Schlauch. Oh, was ist der nächste Job? Das Spielball, du! Alles war ja so ein Leichensagen geschlagen. Das macht mir schlau. Das macht mir schlau. Die Mitte seiner, der seiner unten. Das ist in mir. Das macht mir schlau. Das macht mir schlau. Ja! 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 Das ist Ja! Es wird nie eine St друга in! Wir werden die Stücke geben. Das ist doch so schwer! Nein! Ich hice keinen Strom. Ja! Ja! Was machst du denn, du? Was machst du denn? Rett doch wieder auf! In der Reine, schlau! Weg! Oh, nice! Der war gar nicht so schlimm, Tim. Ja, ich fang mich hier mal sick mit dir. Von dir oder von mir? Ja, natürlich. Von mir war ich nicht so godlike. Ah, Siegfriedlinie, Paul, Siegfriedlinie. Das ist das Wort. Das trauen wir jetzt. Siegfriedlinie. Wir bauen jetzt einen konzertierten... Aufmerksam! Aufmerksam! Hey, Max ist Grinchers. Ja, gut zu nice, genau. Ja, ja, egal. Ah, schon! Schau, gut zu nice zu machen. Ja, du dich nicht mehr! Was, ja, weiß man nicht. Ja, ich hab' dich schon weggerufen. Ja, ich hab' dich schon weggerufen. GRUVEN, Alter! Nein, da hat ich mir gern, dass du dort gisset war. Ja, stimmt, Alter! Ja, stimmt, Alter! Ja, ich hab' dich schon weggerufen. Das ist echt geil. Ja, man, da hat sich alle nicht gsmüssen, alle gsenkt. Ja! 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 Das ist kein Problem. Jeder Stoß ein Franzos. Jeder Schuss ein Luss. Ach, jetzt hab' die Bauchnummer. Nein! 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 Nein, ich war ja recht, aber ich kann nicht mehr zu tun. Du, was hab' mich überlegt? Das hat genug da auch in deine, deine Jungen und den Gasen. Juhu! Nein, von Gasen hab' ich nicht dabei gesagt! Die mir aber, ja. Nein, das hat immer nur Gasen noch. Der vergasst dir selber, so ist das nicht. Der kann's da! Der gasst du da mal an! Das ist gut recht. Ich glaube, weh! Ja! Oh, meine Wütteln können wir da nicht! Und jetzt ein Stück! Ah, nee! Ein Stück! Ich wollte gar gleich, der Stück! Gar! 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 Was? Ich hab' ihm noch so übersichtiges, das ist gar nicht! Ich mach' so nichts! Juhu! Wie schön! Machst du? Ja! 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 Wenn du das nicht in die Flüssigkeit gekriegt hast, ihr bringt's eine Schande nicht auf, oder? Ja! Wo ist er denn? Ja! Oben ist das Glück! Ja, ich hab's schon! Nein, ich hab's schon! Ja! Dann machen wir keines, geht's dafür! Danke, Meckle! Weißt du das! Ja! Ja! Ja, das hätte der Partner noch bis so was! Ja, ich hab' jetzt ja gewischt! 10 Dinah! 10 Dinah! Es war schon! Habt ihr jetzt eigentlich Dinah oder Euro gekriegt? Ich hab' eine hellige Dinah, wenn wir noch schon geben, oder? Ja! Ja, ich hab' schon gewinnen! Ich muss ja die Schule neu erzählen. Tote, was sind jetzt die 5? Ja, für Spitz. Ah, ich muss auch drauf. Nein, das passt schon. 5, glaube ich nur mal gesagt. Ja, glaube ich 5? Ja. Oh, fuck! Ha! Ich hab wieder gestoppt. Das gibt's mir nicht. Ah, ja! Danke, danke, danke! Hey, komm schon, ich komm schon. Warte mal. Jetzt hab ich alles. Oh, je, je, je. Warte mal. Warte mal, jetzt seh! Habt ihr sich verkrümmelt? Tote, ist ja ein Schwertel. Schwertel! Ja, schau trotzdem noch. Schau trotzdem. Ja, lass. Das gibt's ja nicht. Warte mal. Jupp gern. Wie gesagt, dir. Ich seh doch sogar nix mehr. Ich seh nur ... Ich seh nur ... Jetzt holen wir auf zu. Bedinggen. Ah, ja, sehen wir's aus. Oh, danke, schau drüber. Sehen Sie mal nicht gestockt? Da liegt jetzt der Oren und das Schwertel. Schau! Kannst du mir noch hin? Aber das gibt's ja nicht! Ah! Ah! Das ist für mich! Warte! Kommt einer! Kommt einer! Warte! Alles recht! Vorbei! Ah, Mann, ich mag, dass du das Video löscht! Ich will's jetzt mal anfertig aufnehmen! Dann bring ich dir die ganze Zeit um! Wir kommen in die Richtung! Ja! Wir kommen in die Richtung! Ah, ja! Lass uns das sehen! Da ist ein Uppromkummer! Da kriegt man einen Rechtenkoller! Ah, Mann! Ah, Mann! Ist doch ein Küchepiss! Ja, Mann! Der kriegt ja wohl hier! Ah, nein! Er hört, ey! Sanz und Hör! Der kriegt ja wohl hier! Der kriegt ja wohl hier! Der ist ein super Chunk! Der auch dort ist ja! Wir haben ja auch gern Banner kommt wieder abgeschissen! Die haben sie den Eiskel nicht! Und dann? Der ist ja auch bereit! Der ist ja auch bereit! Wenn du keine Position hast! Schmalk ist ja gut! Ah, ich denke gar nicht! Dann komm ich nicht runter! Das ist ja ein Wutzloch! Na ja! Der war jetzt die Illusion doch so schön! Man, bin ich schlecht. Mann, bin ich schlecht. Geistes, wenn du siehst, dann machst du nichts. Dann kannst du es auch aufhören. Stopp, stopp, stopp! Gut. 3-1. Warte, vorhin. Normalerweise ruck ich dich ja nicht, weil du... Du hast es ja voll auf mich gesehen. Ich wünsch' ich mir jetzt auch mal. Ach so. Mitten ist er. Nein, er will auch sein. Warte. 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 Ja, du wirst doch die bessere Waffe. Sonst schlau. Ja, Simon. Dann hab ich ja auch geziesen. Woh! Ja, ich hab ja auch. Ja, was ist denn ich? Unten ist er. Trotzdem, ich hab ja gleich bei ihm. Ja, der kommt runter. Ja, der hat sich ja auch nicht runtergefallen. Huch! G'schwertel. Warum haben wir unbedingt diese Galaten heute? An der Schwertelküste. Das war irgendwo bei jeder Ringe. G'schwertelküste? Nein, die Schwertelküste. G'schwertelküste. 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 Die Haare! Pflanzelküste. Bleck du da! G'schwertelküste. Halt! Halt! Ich dachte, ich werde das wurscht. Wollt ich gar nicht so abger Kane. G'schwertelküste. Meister, Meister Pasi, nicht Meister, Jogi, wie heißt denn der? Yoda, genau, Meister Pasi, Meister Pasa, nicht Meister Yoda, sondern Meister Pasa. Du bist aus der Rinkine. Genau, nicht leiden darfst du dich von der bösen Macht. Oh, da hat er mal in der Sack geblendet. Nicht klein, Klasi, darfst du dich von der bösen Macht. Oh, der Stubb. Samson, Samson, Basa. Samson ist das, das ist noch nicht. Schlimmi, der Schlimme Gim. Du bist denn eigentlich auf Schlimm Gim gekommen? Ja, ich hab mich nicht gestubbt. Ah ja, ich weiß schon, unsere Stubb. Hehehe. Oh, fuck, du hast jetzt was tun gehabt. Narsch, das ist die Gendin. Oh, das ist doch wohl. Oh. Weggesand. Ja, okay. Ah, warte! Das gibt's ja nicht. Oh, bei mir ist ja. Ich nehm dich ja nicht, aber du bist aber schlecht. In der Mitte. Ja, sehr gut. Wirklichcy. Ja. Offen, Max. Tryin'. Unsch doin' mit.